Passen Sie die Sitzhöhe so an, dass sich die Oberschenkel zu den Unterschenkeln in einem Winkel von ca. 90 Grad befinden und die Füße vollflächigen Kontakt zum Boden haben. Zwischen Kniekehle und Sitzvorderkante sollte nach Einstellen der Sitztiefe maximal einer Handbreitplatz sein. Per Knopfdruck variieren Sie den Luftdruck des 3D-Move-Sitzkissens für individuellen Sitzkomfort. Die Rückenhöhe ist ideal eingestellt, sobald Sie eine vollflächige Unterstützung im Lendenwirbelbereich spüren. Stellen Sie den Rückenanpressdruck so ein, dass Bewegungen angenehm sind und Sie eine optimale Unterstützung des Stuhls in jeder Position haben. Die Rückenlehne ist dank Ihres innovativen 3D-Gewirks besonders atmungsaktiv und schützt vor Transpiration. Der Ellenbogen sollte locker auf der Armlehne aufliegen und der Winkel zwischen Unter- und Oberarm größer als 90 Grad sein, um so Ihren Schulterbereich zu entlasten. Stellen Sie die Breite der Armlehnen so ein, dass sich diese unterhalb der Schultergelenke befinden. Die 4D-Armlehnen sind nicht nur Höhen-, Breiten- und Tiefen verstellbar, sondern auch drehbar. Innovative Technik mit Durchblick. Richtig sitzen, besser arbeiten, auf dem Giroflex 353. Stellen Sie die Höhe sowie Neigung der Kopfstütze zur Entlastung der Nacken- und Schulterparty ein. Lehnen Sie den Kopf bequem zurück und genießen Sie maximalen Sitzkomfort. Giroflex 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 Giroflex